Willkommen zurück zu einem weiteren Video-Tutorial bei bezahlen-rechnung.de, Ihrem Rechnungskaufportal. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie Hemden auf Rechnung bei hemden.de kaufen. Dazu gehen wir auf die Seite und wählen uns ein Produkt aus. Hier wählen Sie die Kragenweite aus. Wenn Sie einen Änderungs-Service haben, also den Wunsch nach einem Änderungs-Service oder einem Monogramm-Service, können Sie einfach hier ein Häkchen reinklicken. Das wollen wir jetzt nicht. Hier sehen Sie auch noch mal auf der rechten Seite Ihre Vorteile. Wir wählen uns dieses Produkt aus. Ich hatte schon ein Produkt im Warenkorb. Hier sehen Sie die Gesamtsumme. Dann können Sie gleich einige Optionen, die in rechts und weiter unten angezeigt werden, mitbestellen. Das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen direkt zur Kasse. Und jetzt gibt es zwei Varianten bei Hemden.de. Entweder man ist registrierter Kunde, dann loggt man sich mit E-Mail-Adresse und Passwort ein oder registriert sich als Neukunde, was ich getan habe. Ich hatte jetzt auch Daten schon eingegeben. Daher komme ich direkt zur Zahlungsweise. Wenn Sie hier zurückgehen, können Sie hier noch mal die Lieferanschrift sehen. Hier können Sie alles ändern. Das wollen wir jetzt nicht. Wir gehen weiter zur Zahlungsweise. Da ich ein virtuelles Kundenkonto angelegt habe, sehen Sie, hier wird mir Rechnungskauf nicht angeboten. Das heißt, im Hintergrund findet auch eine Bonitätsprüfung statt. Wenn Ihnen hier Rechnungskauf nicht angeboten wird, können Sie natürlich den Kauf mit einer alternativen Zahlungsweise abschließen. In diesem Fall Paypal, Vorkasse, Nachnahme oder Kreditkarte. Hier sehen Sie auch noch mal die Versandart. Wenn wir hier auf Weiter klicken, sehen Sie Ihre Zusammenfassung. Hier können natürlich Daten verändert werden. AGBs. Um zu akzeptieren, einfach einen Haken hier rein. Und wenn Sie jetzt auf Jetzt kaufen drücken, haben Sie Ihre Bestellung abgeschlossen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen besseren Überblick gekriegt, wie Sie bei Hemden.de Hemden auf Rechnung bestellen können. Und nun viel Spaß beim Einkauf.